Nur als Vergleich, wenn ich den z.B. in Märkennich Probe gefahren habe, da war dieser Computer noch nicht überholt. Und wir waren auf dem Nürburgring und da war auch Hane gefahren. Er sagte, unsere richtige Leistung hat der nicht. Ich habe es aber auf der Strecke gemerkt, da bin ich ja kracher, ist das auch nicht. Und dann habe ich über den Wolf, der auch mal zufällig da war, hat er gesagt, hast du denn schon mal neue Batterien reingemacht? Da sage ich mal, ich denke, der wird vom Bocknetz gespeist. Nein, nein, das sind spezielle Batterien, die müssen aufgeliebt werden, die neue reingemacht, die ist dann getroschbar. Und dann muss das Programm aufbauen, die haben neu aufgestritten. Dann ist das gemacht worden. Und dann habe ich schon gemerkt, wenn wir den gestrachtet haben, der sprang viel besser an. Da sind wir in Märkennich auf die Teststrecke gegangen. Ich bin bis dato immer auf vier oder fünf gefahren. Ich konnte aus der Stufe 2 quasi gar nicht mehr raus. Das war schon das Höchste für die kurze Strecke in Märkennich. Also der hat dann schon richtig dampft und konnte merken, dass dieser Computer, das ist die von Bosch, die 1.7 nennt sie sich, schon wahnsinnig eine Veränderung gezeigt hat. Ja, und danach ist Hahn noch mal gefahren um Nürburgring, hat gesagt, jetzt ist mein altes Auto wieder.